schlicht wir machen gleich wir machen gleich ein ne ein Ender-Giant-Sword für uns alle drei sieht zwar übel hässlich aus, ist aber trotzdem geil wir schauen, macht es denn keine Ahnung, ich kenne es nicht das ist übelst geil, ich hab keine Ahnung, ich kenne es nicht ich hab das halt, ja es lohnt, anscheinend sind das ja sehr wertvolle Sachen, man braucht ganz viele Ender-Bären ein Lohnen-Stab und 6 Obsidian, glaube ich ja ich hab halt einfach die ganze Zeit gerade geguckt, was man so craften kann und dabei ist dieser Hut der Giant-Sword und noch halt die Bogentasche oh, hier, okay äh, ja ich hab auf jeden Fall genug hast du 10 Stück? ob sie gern? hab ich mich hoch zu teleportieren warte kurz, ich bau noch den 15. ab und dann gehen wir ja ich werde ich erst dann teleportieren bauen wir noch weiter ab weil falls wir noch mehr brauchen ich will aber das geht dann schon gar nicht das sind einfach nur Lohns okay, wie soll ich denn da was abbauen? da muss ich erst mal hier lang so, Dennis, bist du fertig mit dem Netz? sag, wenn du fertig bist mit den Obsidian abbauen, den du gerade abbaust so, gib mal her also ich ziehe es ja nicht mehr an also, ne, das ist ja das Gegenteil ich kann dir was geben, du mir nicht oh mein Gott, oh mein Gott, hier ist ein Boss Hilfe oh, was machst du denn, Kevin? ich wollte zu dir einen Weg laufen da kommt mir jetzt, okay da, misser Boss 60 Leben noch nicht, äh, irgendwas machen ja, wie, wie soll ich denn da dann zu den, zu den komischen Weg gehen wenn das Piepen da im Weg steht du, du, nein, 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 du musst noch da gar nicht hingehen ich brauch Treppen ja, du kannst auch ganz normale Dinge da nehmen Kevin ich würde jetzt einfach mal anders sagen Kevin, du, hä, du musst doch einfach ganz normalisch, äh, Niedersteinziegel, äh, holen ich muss ja trotzdem erstmal da hingehen, um mir das abzubauen ja, du musst einfach nach links gehen ja, ich will doch da, wo wir gerade waren, Dennis, ja, unten, nur da vorne ach so, äh, Kevin, äh, der Dennis ähm, Meteor Schild okay, dann mach ich das Meteor Schild gleich ähm, ich will mal essen okay dann Kevin, da machen wir ganz viele Sachen wenn der weg ist wo, 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 wo ist denn das Giant Sword jetzt hin ich brauche mich jetzt hier einfach irgendwo runter hey, jetzt finde ich das nicht mehr ich glaube ich bin in so einer Säule drin ich brauche mich hier einfach runter ach, da ist das Giant Sword bla 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 hä, hab ich das jetzt grad nicht so gebaut so, so hä, ich baue das doch richtig, oder nicht? oder bin ich zu blöd dafür für ah, Ender Auge ich hab ne Ender Perle hm, das war das Problem ähm, Essence Berry? Nein, das ist doch die Falschkiste äh, ich brauche mich runter wie kann man, wie kann man, wie kann man von einer Ender Perle zu einer Ender Auge machen? äh, genau nicht ich hab nämlich die Ender, ok, dann guck ich mal selber nach ach, Alter ich hab es schon Enter Auge ok, ach so, so Lone Rute Lone Staub wo ist es ins End gehen? nein, 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 ich hab was cooles vor so, vier stück, hanah ja nicell nicel drei stück, han handy somal Okay, Kevin, ich geb euch gleich was, ne, wenn ihr da seid. Okay, ich komm der Lava immer näher. Los. Und nochmal die Veranschaulichung. Ähm... Wo sind denn die Eisenkisten, frag ich mich gerade. Hä, wo haben wir die denn hier? Hä, wo haben wir die vergessen? Achso, die sind ja vor unser Haus. Das was. Leute da drüben müssen dann... Ne, das ist mein ganzes. Das ist ein Haus. Das gehen auch wieder. Jetzt sollen wir dann gleich einen netter gehen, oder was? Na, ich hab jetzt kurz schon... Ja, komm mal machen. Baut hier schon mal einen Weg drüber. Und Telefon. Und Big Man. LOL, Kevin. Hm? Äh, Ender... Der Ender Giant Swat hat auch ein Schild. Was ist das? Eine Bege... Jupp, das ist ja nice. Okay, ähm... Also ich hab so einen Busch mitgenommen. Da macht so Heilungsbären. Heilungsbären? Also da gibt's ja Abbauermüdung, Mündung, oder Genanung. Okay, nice. Achso, Abbauermüdung und Stärke 9. Das ist ein Zauberbusch. Kann's einfach. Oh, shit. Ich bin bei einem Dungeon. Bochen Dungeon. Ich guck mal hier so durch der Wand, was da ist. Oh my god. Oh my god, das ist ja mega nice, was da ist. Aber ich mach hier erstmal safe, dass hier keine Viecher durchkommen. Ich hab hier erstmal ne Mauer, dass sie dann den Weg nicht lang kommen. Kann ich das erste Haus schon ausrauben? Nein. Weil wir nicht da sind. Oder ich nicht da bin. Soll, hier ist ein Bett. Weil sonst, äh, sehen wir nicht, was sie so bekommen und so. Würde ich nämlich alles dokumentieren. Die greifen dich gar nicht an. Der Zombie Pigpen sieht mich auch, greift nicht an. Nö, die greifen dich nicht an. Die greifen nur dann an, wenn du die angegriffen hast. Du kannst ja ganz letztlich dann vorbeilaufen. Ja, aber wenn das was anderes spawns, dann bist du gearscht, dann bist du nur tot. Ich hab nicht da volles gefallen. Ja, aber mach da nicht weiter. Also da nicht reingehen oder so. Du hast, ich hab nur ein Weken gebaut, so macht. So, ich guck mal, was da so dieser Ender Giant Swat... Achso, ähm, wenn du ins Lager kommst. Genau vor dir ist dieser Eisenkiste. Da kommen die Sachen rein, die, äh, für alle bestimmt sind. Okay. So, ich geh mal kurz mit meinem Chocobo irgendwo hin und töte mal hier so'n Zombie oder so. Und will mal sehen, wie viel Schaden... Oh. Äh, mein Chocobo hat sich übel verletzt. Ja, anscheinend heilen sie sich gar nicht. Anscheinend muss man denen für Salg geben und die haben sich dann geheilt. So, zack, fällig. Das ist mir ein Stück laut. Ja, aber... Leu, das ist irgendwie vollkommen... Oh, nee. Jetzt bekomme ich die ganzen Felder an. Egal, ich fahre mit ihm einfach auf. Ich komme mir da zurückgerannt. So, dieser weg damit. Und dann gehe ich mal mit den Ender Giants Swat mal kämpfen. Hier ist ein roter Creeper. Nimm's mal geben und... Ja, Nitro. Oh, der explodiert direkt, wenn du in der Nähe bist. Okay. Färisch. Also rate ich dir nicht, da hinten... Oh, wie süß. Was der von Ausschlag hat. Neun. Okay. Oh, nein. Ein Supercreeper. Ein Supercreeper. Nein, nein! Okay, der Supercreeper hat zum Glück nicht den Chocopon nur um vier verletzt. Und mich überhaupt nicht. Bin ich wies. Ich mache hier so eine kleine Mantel, wenn man vom Portal kommt. Dass man nicht, wenn man gerade durchrennt und nicht runterfällt. Oh, da kommt was runter. Geh ich mal schnell hin. Oh, Dennis, du hast so viel verpasst, ey. Dennis, guck mal her. Ich zeig dir mal was. Wo seid ihr? Äh, geh mal runter zu dem... Ähm... Ich bin grad im Keller. Ja, im Keller. Runter zum Keller. Und wenn du direkt am Aufzug fertig bist... LOL, Ender Giants Swat. Den nimmst du dann einfach. Und das andere. Ähm, da könnte dich null angreifen. Wie beim... Das heißt, das Schutzschild brauchst du gar nicht mehr. Das andere hab ich ja schon. Cool. Dennis, ähm... Du brauchst das eigentlich gar nicht mehr in dem Schutzschild. Okay. Ich packe den bei mir oben in die Kiste. Okay, Diamanten und... Die Diamanten fehlen uns wieder mal. Eins, zwei, drei. Macht er gut Damage? Äh, neun. Wow. Ich hab mal ein neues Erz gefunden. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, zwei, sechs. Eins. Das baut sich ab wie Obsidian. Nein, das kannst du gar nicht abwauen. Das ist blau, oder? Nein. Gelb. Gelb, okay. Baut ab, das baut sich wie Obsidian richtig langsam. Ja, oder es wird kaputt gehen. So, nice, Leute. Wir haben ein Schild. Wir sind sicher. Errohlich, wir sind sicher. Ich weiß nicht, wie ich angebaut habe, wie das funktioniert. Ich setze mich einfach mal... Da gibt's noch solche grünen Fackeln. Mit denen kann man den Radius bestimmen. Hab ich in die Let's Play gesehen. Ey, warte mal, ich tue das mal hier vorne hin. So, Meteor, schön. Am besten genau in die Mitte von unserem Platz. So, und jetzt, was macht der jetzt? Wer sagt... Ähm, den musst du doch mit irgendwas anmachen. Mit Meteorendingern, glaub ich. Okay, warte kurz. Ähm... Wenn ich mich nicht irre. Mete... Okay. Meteor... Ich hab nur mal Meteor geschrieben. Meteor-Nahrung. Ernährung-Sensor. Wie macht man den? Oh, der ist ja einfach... Ja, den können wir machen, weil das wäre... Das ist natürlich gut, wenn wir so ein Ernährung-Sensor haben. die 4 kann man mit den status machen keine ahnung ich hab noch nicht alle Rezepte aber das können wir weiter machen denn das was wir grad machen ok gut informiert ah jetzt kann ich hä wie jetzt Dennis kommst du mal mit mit den Chocopo hol ihn denn äh ich befürchte ihn mehr mach mir auch so eins ne ich brauch ihn nicht das ist übeteuer äh da ist meins aber so guck mal ja er braucht wir haben bloß wenn wir zum nächsten Mal so noch mal stehen und du sagst die zwei in deinem Schocopo rein was sollst du denn machen das war nämlich jetzt mal gucken bis einer ok Dennis äh dann lass uns mal äh ah ne 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 stopp 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 weggehen wenn wir die blauen nehmen ja ok dann muss ich den aber ein blauenes züchten wo habt ihr die Büsche hingetan user left your channel welche Büsche user join your channel so nahe hallo 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 er gehört zu sohn und der blaue und der wird auch so so ok 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 wo das ist mit dem Busch nahe ja so nur du musst ein blauen Meer geben wollte einen wie die Bären wegen bei den Dienern zum Beispiel wo ihr die Bären hingabt hingetan die Bücher die Bären die sind hier in der Kiste in der Wegekiste weil ich nur scheiner Bärenfarm gebaut habe weil im Moment ich wollte sie einfach im Busch hin wo schreien kann es auch für mich nicht so muss ich einfach nicht geben sie weil die Bärenfrau war das Essenz das ist falsch was du machst und das auch steigen denn das du hast den Netz du hast den Netz du hast den Netz äh stay ne schau ja ich lass den ne 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 ich mach einfach die Farm in Never Oh Skelett Skelett wie kommst du hier in Never ähm ich muss bei meinen die anderen Sachen trocken lassen scheiße achso äh die Chokopo 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 ich hab die direkt beim Portal hingebaut die Dinger die was die die komischen Pflanzen die denen Essen geben den den was die gysal meinst du nein die das komische Power gibt es das Zeug das Power da ist nix drin nix drin nix drin nix drin nix drin nix drin getan in den Gepäck ok ok ah da hast Stringberry lol geist wieso da ist nix in der Kiste bei mir ah jetzt bekomme ich 8 Sekunden stärker und 8 Sekunden Abbau wie du yeah und der voll wenig also hast du für mich auch Sachen weil ich jetzt nix in der Kiste nein die ist unten in der Kiste so ne Chokopo Kiste so ich muss hier aufmachen sonst kommt man nicht mit dem Bau kommt man nämlich da nicht durch hm user in your channel was kicked from the server sorry muss es sein seine Achtung schon mal wieder er stupst mich die ganze Zeit an Harry up Harry up und schreibt auch um den Scheiß rein das sind die Kittys so ich hoffe mal dass hier ne Kevin ich hab hier mein Schild hingetan und hoffe mal dass in den nächsten 300 Jahren hier keiner mehr kommt kein Meteor mehr kommt weil sonst tritt wie gearscht ja ich bin georscht weil ich es gebaut hab zum größten Teil so Dennis kommst du Kevin wir gehen mal kurz schwimmen ok da war es Lava Tag also wir können leider nicht mehr über 2 Prozent die Let's go weg kommst du jetzt ja ich hab ich gerade ich muss nicht zurück denn es kommen so Prozent ich habe mir so ein Prozent Sensor gebaut mit dem jetzt geht es wo auch die Schnellheit wo auch das geht ja schnell und er kann sogar tauchen da auch da habe ich doch ein Video erklärt denn es kommt die Jungen wird nichts vernehmen oh ganz viele Schokobot müssen also nicht nicht anfassen also die Städte weiter die geht oh warte stopp 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 das ist hier oh mein Gott warte kurz wenn es hier jetzt ein hier vorne hier oben links hier oben hier oben muss es gleich einschlagen oder es kommt bald ups das das ist hier ne okay dann stellen wir die Schokobot mal ein bisschen weiter weg ja ja hier vorne ups weiter weg ja ne ne der kommt ah ne das ist das sind die Portale glaube ich glaubst du warte kurz ich kann ja sein testen ob der das das anzeigt Moment geh mal in den Portal rein jedenfalls was geschieht ja zu mit dem Teil kenne ich nein kann man sich nicht oh weil es eine andere Dimension das kann man nicht langgessen hat und das Problem ist wenn man da verkackt das ist oh ja da hat es ja ein richtiges Problem gehabt hä lol lol äh Dennis komme her hm wirst du er kündigt mich da mir das hier vorne an vor mir bist du oben ganz oben hier drauf siehst du mich ich gehe mal hier durch höh passiert nichts guck mal das ist hier weiß ne das ist hier weiß ne das ist weiß oh jetzt bin ich noch drin wow 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 äh Dennis soll ja das mal versuchen wie gesagt wenn ihr runterfällt habt ihr verkackt die sind eure Sachen weg das ist kein Jumpman das ist kein Jumpman trotzdem wenn du irgendwo runterfällst das hast du verkackt oder stoff scheiße Kevin ja das ist schwarz hier ne mhm Dennis komme rein kann ich nicht am besten tut eure Sachen wo anders ähm du musst nochmal rausgehen so wie gestern bist du noch mal rausgekommen da war das total wie bist du wieder rausgekommen ja warte kurz Dennis du nimmst meinen Rucksack bitte ok wenn die Sachen sonst weg sind da geht geh du dort durch gib mir alle deine wertvollen Sachen ja und ich nehme äh ich nehme P-Gags oder vielleicht lieber hier wegen den Schokobus nein nein oh ich dachte schon der Crash nein nein Crash gleich so ich habe ja keine Anziehung ja du musst den schon nehmen dann hast du den du musst du hin geflogen hier Dennis 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 hier aber pass auch auf der Meteorik kommt hier bald ich kann dir sagen wo ja du kannst es sehen ich kann nicht wir haben Meteoriten nahe Sensor gemacht äh du hast ne Spitzerke oder denn er ist ja ja komm her du musst zu mir kommen oh ich habe 0 FPS gerade haben wir ein Schild wir haben ein Schild gebaut habe ich gebaut wo ist es das ist da äh wo unsere Namen stehen wer schon mitgespielt hat Dennis ich habe einen Hänger ach so das Teil ich habe Hänger hier vorne links ok oh Alter wo ich runter gesprungen bin das Teil spuckt irgendwas aus ah Dennis hier abbauen Leute das Teil feuert irgendwas ab was du anfassen kannst oder das sind sind das paar Tickets so ein Wasserpunkt das sind Partikel das sind gelbe Partikel ja hier vorne ja nur brandbreit nein wie heißt das Mikrofon nochmal ähm breitband breitbrand breitbrand breit breit scheiße breitband mikrofon ja so ich geh mal hier durch und wo bin ich äh Dennis komm mal her nach oben äh äh zur Seite da wo es einschlagen sollte oder dass wir das dachten ist schon eingestanden nein lol achso das hier ist eine Warptür geworden jetzt bin ich hier wenn du nochmal reingehst ist wieder woanders das ist eine Warptür ja ne guck mal jetzt guck mal wo ich jetzt bin guck mal nach oben hä guck mal nach oben halloo jetzt bin ich hier das ist eine Warptür nein das ist keine Warptür da ist schon ein Geheimnis oder so kann auch geh einfach so lange durch die Tieren bis du es geschafft hast und davon ich wollte grad sagen was ist das was da auf einmal schwebt ein Karpstein von mir ja ich 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 versuch ja guck mal das ist schon hier ist schon was Kevin aber die diese schwarze Materie ne hm sollte ich nicht begehen oder nicht dass ich da runterfalle äh ne der passiert nichts ich weiß dass das ist was das ist die vierte Dimension äh weil ich sehe jetzt keine nichts denn es kommt mal her ja das dauert einen Moment du fällst runter dann kommt was ne 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 das ist die vierte Dimension guck mal her das ist voll lustig warte ich komm in eure Dimension ja und das Problem ist meine Schuhe sind weg denn es geh mal rein in das Portal der hab ich nicht was nein du stirbst nicht wenn du in mein Ding äh ne 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 Bürger da muss ein bisschen ne 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 achigen komm lass ich auch mal doch ich hab zwar keine ich hab keine sachen will ich mir sagen ihr brauchst ja nicht ich würde ja nur zeigen dass es hier die vierte dimension ja wie gesagt wenn du runter fährst ist doch im arsch da kannst du nicht runter fallen aber manchmal schon manchmal noch das ist ja das lustige so kommen wir kennen hier links siehst du keinen gang aber wenn du hier reingehst siehst du ein vierte dimension ich kann nicht durch brutal gehen ist geglaubt kaputt gemacht was durch das total kaputt gemacht japan aber auch kaputt gemacht was auch so können es sind mit zurückkommen ok geht's um also ich bin noch zu hause ich habe alle sachen nur Dienstwohin geht's hier hin Prozent wurde enthält kommt es entweder oben des Berges an oder unten Prozent ich habe so ganz anders gespawnt nein du bist oben ich muss mehrere prozoll auf diesem Bild also der näherungssensor ist anscheinend kein vielleicht kommt der Gild der Komite noch das hat ja das ist die näherungssensor ich sehe dich Dennis komm mal her zu mir ja ich versuche hier gerade irgendwie runter zu kommen mit dem Schokopo ach hier das Haus hier Kevin komm mal zu mir da siehst du mich Schokopo das ist Dennis das ist hier vorne bei mir Schokopöchen oh oh die können nicht über zwei Flöcke yeah scheiße der Korinther ich hab noch dein Backpack ne au au ich mach voll Schaden ja du musst mir mein Backpack geben Kevin kannst du es hier abbauen ich hab nichts dir gesagt ah ich hab ja was so ich hab sie hingelegt oh Kevin ist natürlich ein gesund ich hab sie geklaut egal ist nicht meins ja die Hose um ich sehe beides so ein schwer ja ist eins liegt noch in der Kiste ich hab doch gesagt dass die in der Kiste ist wenn du in den Keller gehst was machen die was was machen die wer was machen die ach so die machen neuen Schaden und mehr und du kannst dich schützen wenn recht ach so ich wärm unter Wasser atmen ich dachte schon Dennis gib mal bitte her hab ich doch schon ah jetzt hab ich sie so ähm ich muss mich nämlich wieder anziehen ach so der äh Kevin äh die Bauern Kevin komm lass mich schnell wegreiten der kann dann nicht Freiber und das Ding hier das brauche ich eigentlich nicht so der Näherungssensor bringt uns wenig ich kann oder ne egal du kannst du kannst es auch mal erleben äh nehmen wir lauen mal und wenn ich doch jetzt grad zurück du kannst du ne geh mal ich geh mal durchs Wasser das ist so geil du kannst nicht laufen kann wieso es geht durchs Wasser geh durchs Wasser deswegen haben wir auch die blauen äh genommen soweit gehts auch nicht was soweit gehts auch nicht ja doch schon das ist schon ne Wasserstrecke die du äh deswegen nur so ne wir können wenn wir auf das Ding sitzen um eigentlich unter Wasser sein ne so die event also so frag mich grad Leute äh scheiße na mach mal von Tobi jetzt boah 17 ja aber nimm mal das Viech und geh mal damit über Wasser willst du das jetzt nicht nehmen dann nehm ich das ich darf jetzt grad wieder zurück ich zischte mir eins ja Kevin dann guck mal wenigstens wie wir über Wasser gleiten wo ist denn mein Sinn da ist ein Crash hä wo ist denn mein Sinn Dennis keine ahnung ich weiß nicht mal wo du bist wo ist mein blauen Zirkopo wo bist du warte mal ich hab mich mal äh ausgelockt log mich mal wieder ein auf einmal war mein Ding weg ich hab's wieder ja ok das ist das ist gut weil ich dachte schon das ist weg so wir müssen zurück dann machen wir einfach kurz zur Pause 19 Uhr lol oh das war ein lecker oder oh das war ein lecker ach so wir können ja nicht über die Zäune was ist das Problem der blauen ja aber wenn wir die wei die goldenen haben Leute dann geht's ab yo yeah ok fliegen haha darauf freue ich mich sowas an wo ist denn mein grünes hin nur die zu züchten ist erstmal das Problem äh mein grünes ist weg kann man irgendwie ähm umsetzen ja weiter jetzt nicht ehrlich mein grünes weg oder Dennis wir müssen etwas tun würd ich tun wenn ich mein grünes wieder finden würde mein Sound so weg wir haben genügend grüne wir brauchen blaue deswegen müssen wir da machen und was machen ach boah wenn du fertig bist user join your channel meteor schaufeln ne damit kann ich etwas meteor timer was kann ich damit machen ok können wir sowieso nicht kraften ich mag grad sagen hey wieso ist es hier so hell diese Packung meteorit meteoritenklinge meteoritenbeschwörer yeah wir wollten natürlich meteoriten haben ja einschlagsmelder das war das und nicht näherungssensor so ja kann ich schon nicht wissen lol ouch Dennis schnell 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 was aha au scheißmistviech ja ich hab kein Leben mehr ja danke wieso nur komm mal mit komm mal mit nach unten hier sind bei mir alle Schilder weg oh was Schilder weg ne offline wieder online ach ich hatte du jetzt nicht also Leute ihr müsst auch was aus dem Vorstand ich ertrinken da das werden wir nie tun ok merken wer da schnell auf KG muss wer weiß hm hm so schnell muss man schon nicht auf KG so Dennis ich habe ein Projekt äh bau dir bitte eine ähm ähm hier sind immer noch zwei Kisten hier oben ne 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 und es leckt ich hab nur noch 10 FPS warum auch immer das ist so ne Phase ne ach wahrscheinlich macht Kasperski irgendwas ein Anti-Viren Programm Nutsch noch das da, ich habe schon Noten Alter, ich kann gar nichts machen Partikel-Effekte minimal Erweitert das Go-Open-Gel aus Maximal FPS Ist das hässlich Ja, die Welt lässt sich auch bei mir kaum auf Achso, das wird helfen Reichtweite gering Ja, jetzt habe ich zwei FPS Ja, zwei FPS Ja, das hat ein Schild Ja, habe ich doch gesagt Deswegen ist er auch so gut So, ähm, Dennis Ähm, da kommt etwas Können wir ja mal testen, wie viel, 9, 9 9, ok Äh, mit dem Ding machst du 13 Okay, ähm Ne, 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 ne Kein PvP hier PvP an, würden wir schon so oft sterben Jep, weil wir auch, äh, in den Dungeons gehen zusammen Oh ja, und dann können wir es aus, wenn wir gegenseitig schlagen Hier schlägt die andere zurück Okay, dann ist es aus Versehen noch Achso, denn es kannst du, äh, ne, Pflasterstein machen wir gleich dann Also wir machen ein riesen, 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 gysalfeld, ok? Äh, wir haben dafür eine, ähm, Dingsmusmaschinen, und davon bekommen wir sehr viel Wo sind die eine Truhe, die die uns geben, die ist klein Oder sagen wir, warte mal dann Dann, dann, wenn du so sagst, dann Machen wir das mit Knochenmehl Ok Dennis, komm mal her Oh, Häusleck, ich, ich, ich muss das mit Knochenmehl Ach, Alter, du Scheiße, lecker Ja, ich nehme auf, wenn ich nicht aufnehmen würde, würde das immer flüssig laufen Achso, in der Kiste noch dran Boah, mir wird schwindelig grad Ich habe nur noch neun SLS, wenn ich renne Das ist ein weiteres Mal übelst, Stornwort Normaler halblich 25 Ah, es hat Optifine holen Na, ja, so praktisch Du hast Optifine drauf und es leckt ein bisschen Ja, du nimmst ja auch nicht auf Und dann, wenn ich stehe, habe ich 12 FPS Lächerlich, lächerlich Ähm, was heute, also ich wollte ja Knochenmehl nennen Oh, wir haben Knochenmehl, einiges Ich muss noch mit euch zusammenziehen Äh, Leute, kurz, äh, kurzer Karten